Oh, da fliegt wieder ein Zombie. Los, komm her. Zombie. Holy shit, die fliegenden Zombies. Heyo Leute und herzlich willkommen zurück zu No Gravity. Und ich muss sagen, mich stört dieser Baum hier. Ähm, der muss irgendwann weg. Warte mal, ist wieder... Ach, der Auto-Jump ist wieder drin. Leute, immer wenn ich die Versionen wechsle, dann setzen sich die, ähm, Einstellungen immer zurück. Das nervt ein bisschen. Ähm, ich hab den Auto-Jump nicht gerne drin, weil es einfach, keine Ahnung, ein ungutes, äh, Spielgefühl gibt. Kann man das so sagen, ja, oder? So, komm, wir holen uns hier mal. Upsala, okay, ja, 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 fliegt mal da vorne hier, Blöcke. So, ähm, ich will mir heute noch die Kürbissamen holen und dann hier ein bisschen weiterbauen. Ich hab nämlich schon einen Plan, wie ich das... Ach, cool, schön, dass es runtergefallen ist. Ich will mir hier dieses Haus etwas nicer bauen. Und soweit ich weiß, waren die Kürbisse... Warte mal, erstmal hier das da noch mitnehmen. Genau, Essen haben wir genug. Die Kürbisse, warte mal, hier irgendwo fliegt... Da oben fliegt das Boot. Gut, da, da oben. So. Ähm, da fliegt ein Zombie. Hier, seht ihr das? Da, fliegender Zombie. Da, von diesen Zombies kann man Elytras bekommen. Komm mal her. Junge, was machst du? Hi, Bro. Okay. Aua. Komm her. Nein, schade, nicht. Also man hat eine 5%ige Chance, Elytras zu bekommen von diesen, ähm, Zombies. Aber, ja, gut. Äh, ist mir jetzt nicht gelungen, leider. Ich muss jetzt mich ganz kurz orientieren. Ich meine, irgendwo dort hinten war das? Oder, dort hinten waren Kürbisse am Berg irgendwo. Ich will mir jetzt auf jeden Fall ein paar Kürbisse organisieren. Ich will nämlich ein Kürbisfeld noch bauen. So, okay, hier ist ein Boot. Wir können ja mal mit dem... Oh, 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 dreh mal. Ein bisschen, so. Mit dem Boot hier ein bisschen durch diese... Durch dieses Tal hier fliegen. So, gucken wir mal. Äh, 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 äh. Ähm, nee, hier ist nichts. Schade. Schade, schade. Schokolade, irgendwo ein Kürbis. Ich meine, irgendwo hier am Berghang habe ich Kürbisse gesehen, als ich hier auf den Server gegangen bin. So, wir fahren... Wir fliegen mal hier einmal kurz rum. Es ist ein richtig gutes Fortbewegungsmittel, muss ich sagen, hier. Mit den Kürbissen. Nice. Nice, sehr scheiße. Aber, äh, nicht... Wo? Das war eine Sternschnuppe. Ich hab's gehört. Fuck. Wo war das? Sternschnuppe. Wo? Bitte nicht zu hoch irgendwo. Da oben. Ja, geil. Wie soll ich denn da jetzt am besten hochkommen? Och, Mensch, Leute. Mann. Kann ja wohl jetzt nicht wahr sein. So. Wie soll ich denn da jetzt am besten hochkommen? Äh, ich hab hier meine Hacke. Das ist okay. Ich will dieses Sternschnuppe haben. Damit kann man sich ja nämlich eine Rüstung machen. So. Das kriegen wir irgendwie gebacken. Zum Glück haben wir ja hier Jump Boost, ne? Der hilft auch ordentlich mit. Ähm, was hab ich denn hier? Hier haben wir noch Dirt. Wir benutzen jetzt einfach mal den Dirt hier noch. Zack. Komm hier so ein bisschen besser hoch. So. 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 Wow. Und so. Gut. Immer weiter. So. So kommt man richtig schnell die Berge hoch. So. Oh, da oben ist die Sternschnuppe. Die haben wir gleich. Die kriegen wir auf jeden Fall noch. So. Ich war eigentlich auf der Suche nach den Kürbissen, ne? Weil ich mir ja dieses Feld anlegen wollte. Aber, okay. Okay. Dann hat das jetzt halt noch eben ein bisschen Zeit. So. Zack. Zack. So. Jetzt sind wir hier. Jetzt machen wir das so. Wops. Wow. 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 Das ist Jump'n'Run und so. Hahaha. Und, äh, ja. So. So kommen wir auf jeden Fall nach oben. So. Ich will. Ja. Leute, wir haben die nächste Sternschnuppe. Nice. Jetzt muss ich nur irgendwie noch das Crafting-Rezept herausfinden. Ähm, was ich jetzt nicht so cool finde, ist, äh, wie komme ich am besten runter? Oh, man, ja, man bekommt, glaube ich, weniger Fallschaden. So. Wollte eigentlich so ein bisschen am Haus noch weiterbauen. Ähm, okay. Ja, gut. Man muss halt einfach ein bisschen kauen, so. Äh, äh, Schwein! Nein! Oh. Porkchops. Bleibt hier. So. Okay. Schön hierbleiben. Eine Schaufel. Habe ich eine Schaufel zufällig? Nee. Sonst hätte ich ein bisschen Schnee mitgenommen für einen Schneegolem. Ah, nee. Da bräuchte ich auch Kürbisse dazu. Ähm. Gut. Jetzt müssen wir halt irgendwie da runter. Gibt's da unten Wasser? Da hinten ist es Wasser. Ähm. Ich würde mich freuen, wenn irgendwie noch so ein Zombie hier... Ich will diese Chance nutzen und eine Elytra bekommen. Das wäre mega nice. So. Also man bekommt nicht mega viel Fallschaden hier. So. Au. Okay. Bin unten. Au. Hey. Du. Skelett. Kannst du nicht machen. So. Eine weitere Sternschnuppe. Okay. Ich weiß jetzt echt halt nicht, wo die Kürbisse waren. Egal. Und dann... Ich könnte ja das Kürbisportal abbauen. Ne. Für einen Samen. Ach. Nee. Nee. Geht glaube ich nicht. Das sind Kürbislampen gewesen oben bei dem Portal. Naja. Egal. Wir werden auf jeden Fall einen Kürbis finden. Also. Da bin ich denke ich guter Dinge. Oh. Da unten ist Kohle. Guck mal. Die können wir. Ja. Wieder Instant abbauen lassen. Hier. Ui. Ich liebe das. Ich liebe das. Und dann fliegt sie hier so schön davon. Och. Ist das nice. Richtig. Cool. So. Oh. Da ist noch mehr Cola. So. Okay. Komm mal. Ah. Gravel. Lass das mal bitte sein. Alter. Alter. Hier. So kann... Holy shit. Leute. So kann man richtig fette Höhlen bauen. Mithilfe dieser Technik. Ne. So. Gehen wir hier vorbei. Ich baue jetzt einfach noch ein bisschen am Haus weiter. Ich muss mich dann ein bisschen ähm. Ja umgucken. Ich würde echt gerne diese diese Kürbisfarm dann da haben. Und ich glaube ich live streamen dieses Projekt auch dann so ein bisschen. Äh. Gucken wir vielleicht mal ob der Halbzwilling da oben hat. Hat der da eine Kürbisfarm? Ah. Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So. Baut hier schon jemand irgendwo? Hui. 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 Okay. Hat hier irgendjemand Kürbis? Hallöchen. Oh Pöchen. Ne. Schaut irgendwie nicht danach aus. Ich sehe hier auch gerade keiner. Okay. Bauen wir mal ein bisschen. Oh. Da ist noch Cola an der Seite. Ähm. Warte mal. Ne gut. Wir lassen das jetzt einfach mal. So. So. Ab nach unten. Und äh. Ja. Die werden wir auf jeden Fall schon finden. Hui. Und Hui. 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 So. Wir haben ja hier noch ein bisschen Holz. Und ähm. Das Haus würde ich am liebsten gerne nämlich so machen. So. Und jetzt dann. Eins. Zwei. Drei. Vier. Machen wir das so. Und dann hier wieder. Zack. 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 So. Oh. Das sind voll viele Äpfel. Oh. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Die nehme ich auf jeden Fall mit. So. Oh. Da fliegt wieder ein Zombie. Los. Komm her. Zombie. Holy shit. Die fliegenden Zombies. Alter. Der hat 100 Brunnen Elytra. Der. Habt ihr das gesehen? Wie weit er weg geflogen ist? Holy shit. Wo ist er hin? Verdammt. Was war das für ein Zombie? Habt ihr den gesehen? Der hat. Da hinten ist er. Da hinten ist er. Oh. Leute. Ich will den unbedingt haben. Ich will ne fucking Elytra. So. Ich weiß wo er ist. Ich weiß wo er ist. Ich weiß es ganz genau. Aua. Ist mir egal. Der ist da hinten gelandet. Wo ist er denn? Da ist er. Da ist er. Zombie komm her. Na komm her. Na komm schon. Bleib hier. Bleib doch da. Bleib bei mir. Wow. Er fliegt halt einfach weg. Ja. Hier gegen die Wand. Gedonnert. Geschieht dir recht. Wo ist er denn jetzt? Da. Er fliegt langsam. Okay. Hier kommt er nicht weg. Hat er was getroffen? Nein. Verdammt. Ich renne einfach einem Zombie hinterher und hoffe, dass er eine Elytra droppt. Schade. Es hätte ja was sein können. Mann. Okay. Jetzt kümmere ich mich mal so ein bisschen mehr um das Holz. So. Weil ich habe schon einen genauen Plan, wie ich mein Haus so machen möchte. So. Komm her. Wow. Es blitzt. ETF. Warum blitzt es einfach? So. Fall mal hier runter Holz. Komm mal her. Los. Los. Ja. Danke schön. So ist es gut. Und ab nach oben hüpfen. Komm her. Oh nein. Fliegt es jetzt weiter nach oben. Komm her. Ach herrje. Und da fliegt ein Apfel vorbei. Juhu. Ich liebe es, wenn diese Items fliegen. Das ist so extrem witzig. So. Wupp. Wupp. So. Sehr geil. Und noch da so. Zack. Und wupp. Sehr schön. Okay. Jetzt haben wir wieder auf jeden Fall was. Äh. Zum Arbeiten. Ja. Ups. So. Wenn ich das von hier oben mache, dann geht das besser. Dann falle ich nämlich durch. Nein. Nein. Fliegt nicht davon. Holzblöcke. Kommt wieder zu mir zurück. Ja. Okay. Gut. So. Äh. Ich will ich. Oh. Da. 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 Das dauert halt im Wasser mega lange. Deswegen. Pass mal auf. Machen wir das jetzt so. Ja. Ich weiß. So. Ähm. 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 Zack. Zack. Und. Machen wir es jetzt nämlich so. Achtung. Ähm. Zack. Zack. So. Gehen wir jetzt hier rein. Machen zack. Zack. Und. Gehen hier wieder raus. Und. Bauen das hier weg. Und. Gehen jetzt hin. Und. Bauen das da ab. Und. Plopp. So. Es geht da zwar Wasser. Mit rein. Aber. Wir haben unsere vier Eisen. Ist das sonst noch irgendwas? Ne. Gut. Dann können wir uns jetzt hier raus stacken. Wieder. Wops. Gut. Musste sein. Das war das erste Eisen. Was ich jetzt hier entdeckt habe. So. Und da ist wieder Kohle. Das ist auch sehr gut. So. So. Also. Ich liebe das. Wenn das Zeug hier so raus ploppt. Alles. Jo. Und gibt auch mega Erfahrung. So. Ich wollte gerade sagen. Hey. Das ist ein Projekt. Da bin ich jetzt noch keinmal gestorben. Nice. Aber. Wer von euch hat die erste Folge geguckt? Ja. Ich bin gestorben. Ihr habt recht. Ach man. Das habe ich mich schon richtig cool gefühlt. So. Wir wollen das Haus. Also. Ich will das so bauen. Dass hier sozusagen. Das hier ist ein Stock. Und dann ein bisschen weiter hinten. Kommt dann ein zweiter Stock drauf. Und das hier vorne ist dann so eine Art Balkon. Also. Lasst mich jetzt einfach mal machen. Lasst mich mal machen. Jetzt. Lasst mich doch mal in Ruhe. Und lasst mich mal machen. So. So. Komm mal her. Geh mal weg. Nein. Nein. Kiss dir. Komm zurück. Ey. Das ist ja extrem witzig. Wenn die Items einfach davon fliegen. Ja. Du rechnest einfach nicht damit. So. Nein. Nein. Ah. Fuck. Ich habe dich. So. Zack. 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 Oh. Hallo Zombie. Hallo. Komm her. Bitte. Wo bist du denn jetzt? Hä? Ach da. Hi. Pam. Und. Pam. Und. Und. Wow. Hallo. Oh Gott. Der macht hier heftig. Der ist ziemlich stark gewesen. Der Zombie. War hier nicht gerade noch einer. Egal. So. Also wenn wir das so machen. Und dann einfach. Ähm. So. Und dann kommt hier. Kommen hier Fenster rein. Oder? Ich mache halt. Ne. Ich glaube ich mache da lieber die Stone Bricks draus. Das sieht einfach besser aus als nur Cobblestone. Nein. Jetzt bleibt doch hier. Geht doch nicht einfach weg. Fliegt doch nicht einfach davon. So. Komm her. Zack. Und. Zack. So. Und. Wir packen. Wir packen hier erstmal das da rein. So. Da kriegen wir auf jeden Fall ein bisschen was raus. Und ich denke das ist so in Ordnung wenn wir jetzt zum Beispiel einfach sagen dass wir das dann so trennen sozusagen. Ich werde es euch zeigen. Hier oben mache ich dann sozusagen so eine Art Zaun dann hin. Also ähm. Es wird hier so eine Art Balkon werden. Entweder ab da. Ab dem da. Oder ab dem da. Das werdet ihr dann sehen. Oh. Da ist wieder einer mit einer Schaufel. Ja komm mal her du. Komm mal her mein Freund. Flieg halt weg. Yo. Au. Hey. 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 Oh man. Du hast nichts getroppt. Ich will dass die eine Elytra droppen. Halb Zwilling hat gesagt die droppen eine Elytra. Also will ich da unbedingt eine haben. Weil ich in Craft Detect schon seit Ewigkeiten keine mehr hatte. So. Das finde ich so viel besser. Dann machen wir das auch so. Also hier den Sockel so. Und den Rest dann eben mit. Wow. Hier fliegt wieder einer vorbei. Ey. Das ist extrem witzig. Wenn die Zombies hier einfach an einem vorbei fliegen Leute. Das glaubt ihr nicht. Fliegende Zombies. Also bitte. So. Die Kiste platziere ich jetzt erstmal in meinem Haus. Hier. Ich habe hier schon drei ähm. Drei Sternen. Ähm. Sternenschnuppen. Stücke. Und äh. Ja. Das ist cool. So. Okay. Jetzt haben wir auch. Dann können wir es hier wieder zusammen craften. Und haben da den Rest. Zack. Und zack. Okay. Cool. Und ähm. Das hier noch. Schön. Und da kommen dann hier natürlich die Fenster rein. Und das würde ich hier gerne dann auch eben weitermachen. Und hier weiß ich nicht. Ich glaube hier mache ich nur Band rein. Und das hier innen muss ich sowieso ausheben. Und dann bauen wir uns auch ein bisschen in den Berg rein. Ich wollte mich nur nicht schon wieder auf einen Berg drauf bauen. Sondern so hier in einen Berg. Ich weiß noch nicht ganz wie ich das mache. Aber ich will das hier zum Beispiel so eine Art Balkon. Und dann kommt hier so ein zweiter Stock. Und der geht dann so auch so ein bisschen in den Berg rein. Wir werden sehen. In der nächsten Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat. Lasst einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Euer Basti zockt. Und ich will endlich einen Kürbis haben. Ich vais euch jetzt einbieter. Und jetzt Hallo. Untertitelung des ZDF, 2020